Das war's. Ich hab' erst mal drei Millionen Becken gemacht. Ist doch dumm, wenn ihr oben an einem Schlafsaal schlaft, das ist doch gemein. Wenn du morfst und erholst dich und so was sind wir hier oben mittlerweile durch. Boah, Alter, was das hier bei mir fest... Befestigung ist, ne? Ja, normal. Zusammen sprüche alle, okay. Dann pushen wir euch mal ein bisschen, weil ihr krass seid und so. Nicht abfahren. Stopp. Und warte geht's, da war's an der Tür. So, und weiter geht's. Und was denn hier und so. Ihr wisst. Was weiteres daran, dass meine Geschäfte immer ausgetauscht werden ist. Das hier halt so voll... Ah, nee, bla, ich bin noch Level 1 und so. Simt. Punkt. Simt. Du willst was tun? Fress mal meine Magier. Lass mir unten meine Arena schicken. Damit euch hier ein bisschen Level der ist abfeilig mit euch. So, drei Imps, Imps können hier... Da kann sogar noch drei Im. Und der legt da ab. Okay, perfekt. Oh, da ist wohl jemand gerade verreckt. Was gar nicht mal so cool ist. Jetzt ganz die Ferienkämpferbogenschütze und sowas. Wart mal alle aufs Specials rein und sowas. Oh, geht schon weiter, das find ich gut. Warte, was ein Special Skill? Na, nee, dann nicht. Hefft ihn doch mal. Okay, ach, dann levelst du halt. Ja, egal. seht ihr das? lol voll krass. ey das können wir auch oder? voll cool wohl den. super. oh jetzt läuft die hinten langer. ach wie behindert. seht schon cool aus hier. so mit der porykonzu. so ich würde auch mal bauen aber nee ich bin ja viel zu faul dafür. ich habe einen gegnerischen raum erobert. warum haben wir uns eigentlich ein höheres level als meine monster? kann mir da mal jemand sagen? ihr seid euch immer noch am battle inlandshaft. aber dafür seid ihr schon level 5. ihr habt erfolgreich als die generisches geschöpft, aber folterkam alle kehrt. jetzt müsst ihr doch irgendwo. genau der typ sollte hier ankommen. level 8 magier. ganz gut gebrochen. bin mir nicht. das ist sozusagen der diver oder der gang. aber egal. ihr bettelt euch hier jetzt so lange bis ihr level 8 seid. der kriegt gar keinen schaden. level 6. so finde ich gut. ja komm. du kannst auch hier schön mal gekehrt werden und so. das ist da bescheid. das wollen gehen. dann müssen wir uns entscheiden. machen wir mal zwischendurch an. das ist könig neun. spiel gespeichert. holen wir mal ein paar skelette rein. gehen wir mal den safety weg. mach mal. danke. jetzt mal kurz was zu trinken können. ne ich bin da gelte denn. aber jetzt gar nicht. jetzt drinken tee. natürlich eistee. hm. litten eistee. super berry. geschmack. granatapfel. nur zu empfehlen. noch ne tür und die ist grad aufgegangen. ist krass. muss man gleichzeitig in zwei stress situationen bringen. ich mein wir haben grad gespeichert. noch was ein bisschen spannender. das ist ein level 10 wächter. wurde unglücklich weil sie nichts zu essen hat. das ist ein level 10 wächter. wurde unglücklich weil sie nichts zu essen hat. oh und ja. wenn sie ein halbwegs echter kieber wert hättet ihr längst gewonnen. ach. pisst dich doch. ist feucht kalt. sie baut einen zentralen hals. hier oben. was geht hier. nach da. wer hätte ein echter keeper hättet ihr schon links gewonnen. auf pisst dich doch. holt direkt umgehauen. aber direkt. auch direkt umgehauen mit einem. ist das heftig. ist alter. wo mir hätte der drei umgehauen. heute da weg ich dachte schon jetzt bewegen sich wieder nicht das wäre mord gewesen für meine nerven ihr habt erfolgreich ein gegner schön am level weiter kann man bekehrt jetzt wieder da oben hin bei daten stress ihr habt erfolgreich ein gegnerisches geschöpft in eurer folterkammer bekehrt die blocker dahin denken wir dahin die vier ausgesucht wieder direkt um das wir sollen so richtig trainieren eins ach falsche priorität wurde priorität ha idiot das hätte ziemlich kritisch werden können bei den einheiten hier aber egal das ist noch welche drinnen nicht mal drehen meine einheiten kaputt machen so haben wir rein hier dann nicht machen das gefühl dass jetzt alle weg doch die fresse ja du holst die oh jetzt sind wir hier eine eiserne jungfrau wurde unglücklich weil sie nichts zu essen hat vor mir ein helden tor ist ne freu mich auch er hat sich weil sie nichts zu essen hat eure geschöpfe kommen nicht zum schlafsaal natürlich kommen wir doch nicht weil sie drin sind wurde unglücklich weil sie keinen platz zum schlafen hat ok ihr seid level 8 level 8 du bist mal hier und du bist mal außen vor du bist level 4 du bist level 8 level 4 level 6 level 8 level 7 level 8 jetzt ist ein Tod. Ach, toll, direkt lebe auch. Warum weit auf ihn? Nee, doch nicht. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Dumm. Wir müssen trittisch weit auf den 6er gehen. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Von unfair dem Gegenüber. Ich würde auch meinen Skelett reinsteigen, aber die gehen ja kaputt. Deswegen voll kacke. Ja, hol dir doch Essen. Ich meine, hält dir doch keiner auf. Hätte das Gold hier schon abgebaut? Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ich habe das Gold tatsächlich schon abgebaut. Okay, deswegen Gold und so. Muss man aufpassen. Ein Zauberer ärgert sich, weil er keinen Pass zu haben hat. Warte, hier in der Mitte war doch so viel. Alles weg. Fuck. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay, jetzt sind wir richtig in der Kacke. Wir sind nirgendwo auf der Karte noch ein bisschen Gold. Wir haben hier hinten noch einen Fleck. Ich löse der hier. Super Scheiße. Ein Zauberer hat euren Dungeon verlassen. Ach, ein Zauberer kann mich mal richtig an den Aare schlecken. Wie zieht das jetzt durch? Ich habe jetzt keinen Bock mehr. So, Elken geht's hier hin. Dann heile ich euch alle erstmal. Das ist ja alles schön geheilt. Vielleicht kann man noch heilen. Dich noch. Hier ist alles schön. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Okay, komm. Hier macht das schon mal. Fünf Teufler. So, aber alter, der Level 8 Saumann hat mein Alter. Voll die Idioten. Ach, hier ist keiner drin. Oh. Okay, dann geht's hier weiter. Mensch, nicht account. Mensch ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ungenuss. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Super toll und so. Geht's hier weiter? Ich hoffe doch. Oh, hier geht's jetzt nicht weiter. Ein Teufler ärgert sich, weil er nichts zu essen hat. Falle, okay. Komm, wir machen den fertig. Und der Level 8000 und so, das passt schon. Und direkt ins den Death. Na, doch nicht. Oh, direkt umgehauen.